Bei dieser Mission geht es darum, Ziele durch ein Portal zu treffen. Dazu bleibt ihr am besten auf eurer Startposition stehen, geht auf diese 90 Grad Linie, Feuerkraft auf 100% und dann minus ein Tick nach rechts auf 89 Grad. Und dann verringert ihr eure Feuerkraft um 23 Ticks. Und dann wird mit dieser 5 Ball Waffe abgefeuert. So, beim zweiten Schuss gehen wir 2 Ticks nach links auf 91 Grad. Feuerkraft behalten wir bei und feuern wieder. Damit wäre die Mission geschafft. So, Crew-Actiert.